Heute beschäftigen wir uns mit CSS Snapscrolling. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es mal wieder um reines CSS und zwar werden wir uns Snapscrolling angucken. Das Ganze ist nicht wirklich schwer, aber wirklich, wirklich cool. Und ich hätte es mir vor ein paar Jahren gewünscht, als dieser Effekt quasi der letzte Trend war und jeder das unbedingt haben musste. Damit hätte man sich eine Menge Arbeit erspart, weil man musste das immer mit JavaScript lösen. Deswegen, wir werden es heute mal ansehen. Das Ganze ist nicht wirklich schwer und ziemlich simpel umzusetzen, wenn ihr dennoch Fragen oder Probleme habt. Ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu Discord. Steunt der Community, sagt Hallo, stellt Fragen, helft anderen. Ansonsten, ja, verlieren wir jetzt keine Zeit und legen direkt los. Viel Spaß und auf geht's! So, hier seht ihr schon den Effekt, den wir heute bauen werden. Ihr seht hier an der Seite auch die Scrollleiste, was heißt, wenn ich jetzt hier mit dem Mausrad einfach mal nach unten scroll, dann seht ihr, dass ich automatisch in den nächsten Bereich gescrollt bin. Dasselbe geht auch immer weiter. Das geht natürlich auch nach oben hin und ihr seht auch hier an der Seite, das verändert sich wunderbar. Dieser Effekt ist also wunderbar einsetzbar, wenn ihr eine sehr geführte Tour beispielsweise machen möchtet oder den Nutzer wirklich durch verschiedene Bereiche eurer Website leiten wollt. Es eignet sich nicht wirklich gut, wenn ihr eine Seite habt, auf der der Nutzer sich selbst einfach mal informieren kann, durch die Gegend klicken und scrollen kann. Dann würde ich diesen Effekt nicht empfehlen, ehrlich gesagt, weil es einfach das Problem ist, dass man permanent irgendwo hingescrollt wird und man nicht so richtig weiß, was da genau passiert. Aber für zum Beispiel eine geführte Tour, eine Präsentation eines Produktes, einer Dienstleistung oder sowas, sehe ich da schon große Verwendungszwecke. Aber genug geredet. Jetzt wollen wir mal gucken, wie das Ganze funktioniert. Prinzipiell sage ich an dieser Stelle immer, dass es eine Live-Demo gibt. Die gibt es hierzu nicht, weil im Prinzip wir nicht viel machen. Das sind zwei Befehle, die wir einsetzen. Sehr rudimentär. Ich erkläre das nur ein bisschen und dann gucken wir uns mal an, wie das Ganze sich zusammensetzt. So, los geht es mit unserem eigentlichen Tutorial. Wie immer findet ihr hier meine Standard-Entwicklungsumgebung. Diese ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, falls ihr nicht wisst oder wissen wollt, was diese ganzen Dateien hier in der Seite bedeuten. Wir brauchen das heute nicht. Wir machen das zu, weil wir arbeiten nur mit unserer Index-HTML und unserer Main-SAS. Diese sind hier oben schon offen und relativ leer. Was heißt, wir haben hier noch nichts wirklich in unserem Body drin, unser Index-HTML bis auf mein Boiler-Plate. Und in unserer Main-SAS haben wir auch nur mein Boiler-Plate-Code und sonst noch nichts. Was heißt, das werden wir jetzt alles schreiben. Und das Erste, was wir machen, ist, mit irgendwas müssen wir scrollen. Das heißt, wir stellen uns hier mal kurz ein paar Diff-Container. Was heißt, einmal eine Diff-Box mit Snap-Wrapper. Zack, das ist unser Wrapper, auf dem quasi oder der alles, was scrollen soll, umfasst. Dann gibt es hier eine Snap-Box. Und diese Snap-Box besitzt auch Box minus 1. Und das Ganze kopieren wir uns jetzt einmal und fügen das hier fünfmal ein. Und benennen jetzt diese Snap-Box zu 2, 3, 4, ups, das wollte ich nicht, 4, 5. Und das Nächste, was wir machen, ist, wir sagen, wir wollen hier drin noch eine H3-Überschrift mit Snap-Bereich 5. Das Ganze kopieren wir uns jetzt auch einmal hier. Zack. Und gehen jetzt hier rein, einmal rein. Hier kommt es auch nochmal. Und hier und natürlich in der ersten Box. Das heißt, wir haben uns jetzt einfach nur ein paar Diff-Container erstellt. Diese Diff-Container haben zwei Klassen, einmal eine Snap-Box und eine Box minus 1. Und das zählt halt hoch bis 5. Diese Klasse vergeben wir einzig und allein nur, damit wir jeder Box quasi eine eigene Hintergrundfarbe geben können. Und alle Befehle, die quasi das Snapping betreffen, legen wir später auf diesen Snap-Box-Klasse. Hier drin ist einfach nur Content. Das ist jetzt in meinem Fall eine H3-Überschrift mit ein bisschen Text. Das kann natürlich in eurem Fall alles sein. Das können Bilder sein, Videos, Grafiken, viele, viele andere HTML-Elemente oder was auch immer ihr auf eurer Webseite habt. Das heißt, das könnt ihr ganz frei belegen und das könnt ihr quasi einfach verändern. Alles andere ist, wie gesagt, die Snap-Wrapper-Klasse. Und die kopieren wir uns jetzt, speichern unsere ganze Datei mal ab. Wir sehen hier noch nichts. Wenn ich jetzt hier oben mal ein bisschen mit der Maus markiere, müssten wir hier, oder ich sehe es schon hier, in der Mitte ist unser Text jetzt halt unsichtbar, weil der schwarz ist, auf schwarz. Und das müssen wir jetzt natürlich ändern. Das heißt, wir sagen jetzt erstes mal unsere Snap-Wrapper-Klasse. Und die bekommt jetzt als erstes mal eine Weite. Was heißt, wir sagen Wizz 100%. Das nächste, was wir sagen, wir sagen Height 100 Visual Höhe. Also was heißt 100 VH. Das heißt View Height. Von hier unten bis hier oben ist also 100% meiner Browserhöhe, wird quasi die Snap-Box groß. Und das ist wichtig, ihr müsst dieser Klasse, die quasi euren Snap-Bereich umschließen soll, die braucht eine Höhe. Ohne Höhe wird das Ganze nicht funktionieren. Ansonsten geben wir der jetzt einen Overflow, und zwar einen Overflow Y, weil wir in der Vertikalen scrollen wollen und sagen hier, Overflow soll Scroll sein. Was gleich zu dem Scrolling kommen, machen wir gleich. Wir stellen uns das erst mal alles dar, dass es normal aussieht. Das nächste, was wir haben, ist eine Snap-Box. Und diese Snap-Box befindet sich in unserer Snap-Wrapper-Klasse. Deswegen ist die hier versetzt. Und deswegen ist das nicht auf einer Höhe quasi. Und die bekommt jetzt natürlich auch noch jede Menge Attribute. In unserem Fall zum Beispiel eine Mindest, äh ne, eine Weite. Wups. White 100%. Das nächste, was, äh ne, Wizz nicht White. Man sollte natürlich auch, ähm, ja, richtig arbeiten. Das nächste, was wir haben, ist eine Min-Höhe. Sagen wir hier nämlich 100 VH. Weil es kann ja sein, dass unser Content größer ist als 100% der Browser-Höhe. Und dann wollen wir den natürlich trotzdem sehen. Und das nächste, was ich sage, ich sage hier Display. Sage Flex und nutze jetzt Flex-Box. Das ist ein Konzept in CSS, was hilft im Prinzip, unsere Elemente innerhalb unserer Snap-Box zu fixieren. Wenn ich das Ganze jetzt speichere, sehen wir zum Beispiel noch gar nichts. Ich mache hier mal kurz eine H3 und sage hier mal kurz Color White. Und jetzt haben wir hier oben unseren Bereich. Und wenn ich jetzt scrolle, sehen wir, der ist nie zentriert, sondern der ist immer ganz oben. Und wir wollen, dass alles zentriert ist. Und das können wir jetzt mit Snap lösen, indem wir hier sagen, Justify Content Center. Und align Items ebenfalls Center. Und dann wird das Ganze jetzt in die Mitte rutschen. Und jeder unserer Snap-Boxen ist jetzt quasi das Ganze in der Mitte. Außerdem sagen wir hier, wir haben einen Margin. Und unser Margin nach unten sind 5 Pixel. Das speichern wir jetzt so ab. Und das nächste, was wir machen, das kopiere ich mir jetzt rüber, weil das quasi nur 5 Mal derselbe Code ist. Und das ist quasi dieser hier. Was heißt, wir sagen, wenn die Klasse Snap-Box zusätzlich mit diesem Und-Operator die Klasse Box-1 hat, dann soll bitte diese Hintergrundfarbe genutzt werden. Und das Ganze natürlich für die anderen Klassen. Und wenn wir nochmal zurück in unseren HTML-Code gehen, sehen wir auch, dass genau das vorliegt. Das heißt, wir haben eine Snap-Box-Klasse, die ebenfalls auch die Box-1-Klasse hat. Und damit wird gleich unsere erste Box so einen lila Ton bekommen. Das Ganze speichere ich jetzt hier einfach ab. Und jetzt sehen wir hier schon, zack, das wurde lila. Und wir sehen auch hier unten gibt es so eine kleine Border. Und damit ist das Ganze schon gar nicht so schlecht. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist hier unten einfach noch eine Text-Align hinzuzufügen. Und zwar sagen wir hier Center, dass auch unsere Überschrift zentriert ist. Wird theoretisch auch durch Flexbox gemacht. Allerdings, wenn wir zum Beispiel Text haben mit mehreren Zeilen, würde das nicht mehr so aussehen. Und das Nächste, was wir machen, ist, wir sagen von Size. Sage ich jetzt in unserem Fall einfach mal 3rem. Speichere das Ganze ab. Jetzt ist das hier einfach ein bisschen größer. Und wir könnten jetzt auch noch sagen Text-Transform. Und sagen hier Uppercase. Zack, und jetzt ist das halt immer Großbuchstaben. Und wenn wir jetzt scrollen, sehen wir hier einfach unsere fünf Sektionen. Allerdings seht ihr, wenn ich scrolle, es passiert noch nichts. So, und zwar kommt jetzt als erstes ein Befehl. Und dieser nennt sich Scroll-Snap-Type. Hier wird er mir auch schon vorgeschlagen. Und hier sagen wir als erstes die Richtung, in unserem Fall Y. Das Ganze funktioniert natürlich auch wunderbar mit der X-Achse. Das heißt, wenn ihr auf der Horizontalen scrollen wollt, müsst ihr hier halt X sagen. Und dann das auch entsprechend anpassen. Das Nächste, was wir machen können, wir sagen hier Mandatory oder Proximity. Mandatory bedeutet so viel wie, also wenn ich diesen Befehl hier eintrage, bedeutet das so viel, wie ich möchte unbedingt scrollen. Egal was kommt, scroll auf jeden Fall zu den von dir bekannten Regeln quasi. Und Proximity bedeutet, du kannst einrasten und scrollen, du musst es aber nicht. Wir werden uns gleich noch angucken, was genau der Unterschied ist, beziehungsweise wie sich das hier verhält. Das Nächste, was wir hier in mich machen müssen, ist zu sagen, scroll, snap und dann align. Und sagen hier einfach mal Center. Und wenn ich jetzt beginne zu scrollen, seht ihr schon, zack, ich wurde weiter gescrollt. Und das Ganze funktioniert wunderbar. Wir haben hier für scroll, snap, align allerdings noch andere Attribute, die wir nutzen können. Zum Beispiel Start. Wenn wir das hier eintragen und scrollen, seht ihr aber keinen wirklichen Unterschied. Und das liegt daran, dass unser Bereich hier quasi 100 View Height groß ist und quasi immer 100% einnimmt. Wenn wir das hier jetzt mal ändern und zum Beispiel sagen, okay, wir nehmen jetzt hier 70 VH, was heißt, wir sehen schon ein bisschen was vom nächsten Scroll-Container und ich jetzt scrolle, dann seht ihr, dass der erste Scroll-Container immer hier oben zum Start eingerastet ist. Wenn ich jetzt weiter scrolle, geht er wieder da oben hin. Anders ist es, wenn ich hier End eintrage und ich scrolle, zack, dann sehen wir, dass der hier unten einrastet. Was heißt, der rastet hier unten an der unteren Browser-Seite ein und so könnt ihr quasi die Richtung ein bisschen definieren. Persönlich muss ich sagen, finde ich Center immer am nettesten. Was heißt, wenn man jetzt scrollt, rutscht der halt direkt in den Fokusbereich, egal wo ich hinrutsche und das Ganze ist super. Wir setzen jetzt hier einfach das mal wieder auf 100% und sagen hier oben jetzt einfach nochmal Proximity, damit man das auch mal gesehen hat. Und zwar, wenn ich Proximity eintrage und scrolle, dann scrollt er nicht unbedingt. Was heißt, er scrollt, wenn er in die Nähe kommt, zack, aber er scrollt nicht, wenn ich jetzt so ein bisschen hochgescrollt habe. Was heißt, wenn ihr beispielsweise Nutzer auf eurer Webseite habt, die jetzt nicht das erste Mal da sind oder so, dann wäre es super, wenn man das einfach ändert, sodass man später dafür sorgt, dass man zum Beispiel immer alles richtig sieht. Aber dass er nicht direkt scrollt, wenn ich jetzt beispielsweise hier was lese, würde er, wenn man Mandatory nutzt, auf jeden Fall schon wieder hier hochscrollen und den zweiten Bereich in den Fokus nehmen. Das ist mehr so ein kleiner Fokus-Adjustment als wirklich eine Tour, eine Durchführung. Und deswegen persönlich Proximity kann man fast immer einsetzen, wenn man sowas möchte. Mandatory, also wenn man hier Mandatory reinschreibt, ich kann das nochmal eben demonstrieren, was heißt, wenn ich jetzt scrolle, seht ihr, ich scrolle egal weiter, sobald ich das Scrollrad loslasse und aufhöre, scrolle ich irgendwo hin. Und wenn ich jetzt hier unten, wenn das nicht 100% sind, sondern ich hier unten vielleicht noch was lese, dann bin ich auf einmal hier unten und da denke ich mir so, hm, ja okay, das hat mich jetzt genervt. Und deswegen muss man da ein bisschen vorsichtig sein, aber das ist auch das einzige Risiko bei diesem Befehl eigentlich. Und ja, ihr könnt hier mal unter das Video schreiben, ob euch das geholfen hat und wo ihr das bei eurer Webseite einsetzen könntet oder wo ihr euch das Ganze vorstellen könntet. So, das war es schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, findet ihr unten in Videobeschreibung. Twitter, Facebook, Discord, einfach mal los sagen. Ansonsten findet ihr dort auch Amazon Affiliate Links oder andere Partnerseiten, um diesen Channel etwas zu supporten. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis allen, viel Spaß und ciao. Bis zum nächsten Mal.